Hallo meine lieben Sportsfreunde, ich bin Simon, euer Muskelmacher und heute fangen wir mal direkt mit dem Produkt an, was man am Morgen zu sich nimmt für gewöhnlich, nämlich Müsli oder Cornflakes oder eben eine gesunde Variante, wo man auf so eine Dinge wie Zucker gleich verzichten möchte. Ihr kennt es vielleicht aus der nervigen Radiowerbung, ich kenne sie aus dem Supermarkt und natürlich aus dem Muskelmacher Shop Sortiment und zwar hier dieses Seitenbacher Müsli oder dieser Frühstücksknabberspaß, wie man ihn auch gerne nennt. Das sind verschiedene Sorten, wir haben hier einmal die Kakao-Düsis, das ist die Kakao-Version von den normalen Düsis hier, die Saltos, die habe ich selber gerade in Gebrauch, wie ihr sehen könnt, die Packung ist offen. Dann gibt es hier auch die Ballastos, die zu meinen persönlichen Favoriten gehören und hier zu guter Letzt die Dinkel Flakes und zwar, was diese Produkte so besonders macht, sind zum einen eben die Zutaten und zum anderen eben natürlich auch insbesondere gerade der Hersteller ist für Qualität bekannt. Ja, es gibt hier auch im Supermarkt, das habe ich ja gerade eingangs gesagt, was man natürlich dazu sagen muss, so eine Packung hier beispielsweise hat 200 Gramm, ist aber relativ groß, also wer davon ein oder zwei Packungen kauft, der hat nicht mehr viel Platz in der Tüte, deswegen werden die natürlich auch gerne bei uns im Muskelmacher Shop zum gleichen Preis bestellt oder wenn man noch einen GIP 5 Rabattcode hat, kriegt man auch noch ein paar Prozente darauf, wie dem auch sei. Insgesamt ist es auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, mit einem guten qualitativen Frühstück zu starten und man gibt auch gar nicht mehr Geld aus als für andere Firmen, beispielsweise für Kellogg's Cornflakes oder für diese ganzen Kinder Cornflakes, die ja für Sportler nicht unbedingt so geeignet sind, weil sie einfach viel zu viel Zucker enthalten. So, jetzt gucken wir uns hier mal die Zutatenliste an von dem Produkt, was ich hier offen habe und zwar sind die hergestellt ohne den Zusatz von Fett und eben, wenn man sich die Nährwerte anschaut, sieht man auch recht schnell, wir haben hier pro 100 Gramm 68 Gramm Kohlenhydrate, wir haben hier 15 Gramm Eiweiß, für ein pflanzliches Produkt ist das völlig in Ordnung, also sogar relativ viel und der Fettgehalt, der liegt bei schmalen 3%, also bei 3 Gramm auf 100 Gramm, da kann man wirklich nichts gegen sagen, pro 30 Gramm Portion sind das dann weniger als 1 Gramm Fett, da ist natürlich immer noch die Möglichkeit, wirklich gute Fettsäuren dazu zu kombinieren, wenn man es gerne tun möchte. Wir gucken uns jetzt mal zusammen hier die Zutatenliste an und daran wird natürlich schon klar, was Seitenbacher Frühstück so besonders macht und zwar die erste Zutat ist Dinkelvollkorn, ihr wisst sicherlich, Dinkel ist sozusagen die Urform des Weizens und eben als Getreide sehr beliebt und gerade was die Energie angeht, eine sehr hochwertige, die sie dem Körper bereitstellt oder besser gesagt, der Dinkel dem Körper bereitstellt. Dann haben wir hier die Tropfensüße, was hier diese ganz kleine, minimale Süße ausmacht, also nicht so übertrieben, wie beispielsweise bei den Fruit Loops, ihr kennt ja sicherlich diese Kellogg's Fruit Loops und die sind schon so ähnlich mit dem Unterschied, dass die hier nicht mit Farbstoffen voll geballert sind, sondern ziemlich natürlich aussehen, also auf Farbstoffe wurde hier verzichtet, aber sie schmecken schon so ähnlich, das kann man einfach nicht in Abrede stellen und zwar die sogenannte Tropfensüße, die besteht eben unter anderem aus Grapefruit und Apfel, also da ist dann doch so dieser geschmackliche Bogenschlag zu den Fruit Loops auf jeden Fall da und ich kann euch sagen, ich habe die ja hier schon seit einigen Tagen in Gebrauch, die sind wirklich sehr lecker. So, was die Zutaten betrifft, ist das auch schon alles, Dinkelvollkorn, die Tropfensüße, das war es dann auch schon, also da müsst ihr euch wirklich vorstellen, dass diese beiden Zutaten schon ermöglichen, solch ein leckeres Frühstück herzustellen, wenn wir sie schon mit den Fruit Loops vergleichen, dann vergleicht doch bitte selber die Zutatenliste ellenlang von den Fruit Loops mit denen hier, ich glaube da sollte die Wahl doch eindeutig sein. Ich persönlich finde sie lecker, was auch zu meinen Favoriten gehört, ist hier dieses Ballastos-Müsli, die haben auch so einen apfelartigen, zimtartigen Geschmack, weil da Apfelfasern richtig gute Ballaststoffe enthalten sind, diese Kakao-Düsis sind zwar immer noch besser als jedes andere Kakao-Müsli, was es auf dem Markt gibt, aber mich persönlich schockt das jetzt nicht so krass, während ich hier sagen muss, diese Dinkelflakes, wenn man die so ein bisschen in der Milch einweichen lässt, sind die super, super lecker. Also von der Qualität ist dieses Frühstück ausgezeichnet, vom Preis-Leistungs-Verhältnis kann man da wirklich nichts gegen sagen, diese Radiowerbung, die lassen wir mal von Seltenbacher dahingestellt, aber was die Qualität angeht, habt ihr auf jeden Fall einen guten und preiswerten Kauf gelandet, und deshalb gehört natürlich auch so ein Produkt bei uns im Muskelmacher-Shop ins Sortiment, ich verlinke euch das unter dem Video, da findet ihr das hier und auch noch anderes Müsli von Seltenbacher zur Auswahl, wir haben auch noch so ein Protein-Müsli drin, aber mit den Dingern seid ihr wirklich sehr preiswert und qualitativ gut und vor allen Dingen super lecker dabei. Alles klar, ich denke mal, dieses sehr positive Fazit ist einfach den Produkten geschuldet, jeder wird so seinen Favoriten haben, aber ihr merkt, ich bin Fan davon, und dann darf ich das auch so sagen, wenn es mir einfach schmeckt, wenn ich einfach der Meinung bin, dass das ein gutes Frühstück ist, und in diesem Sinne ein sehr positives Fazit. Wir sehen uns im nächsten Video, macht's gut, viele Grüße, euer Simon. Musik 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 Musik